Das Xiaomi Mi 9 gilt allgemein als Flaggschiffkiller und das ist eigentlich Unsinn. Dennoch bietet es für wenig Geld erstaunlich viel performante Hardware und sieht dabei auch noch sehr gut aus. Mein Dank geht an dieser Stelle an Trading Shenzhen fürs Testgerät und die Möglichkeit diesen Langzeittest durchzuführen. Einen Link zum Produkt findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Werfen wir noch einen kurzen Blick in die Box und wir werden feststellen, so viel ist gar nicht enthalten, aber auf das Wichtigste reduziert findet ihr natürlich das Smartphone, ein Ladeteil, ein Kabel, einen Adapter zum Musikhören und ein Case. Was Xiaomi gerade beim eigenen Flaggschiff in den letzten Jahren perfektioniert hat, ist ohne Frage die hochwertige Verarbeitung, das Design und das gesamte Look and Feel. Die Verarbeitung ist von allen Seiten tadellos und die Glasrückseite sieht nicht nur sehr schick aus, sondern fühlt sich auch super in der Hand an. Das Glas geht weich in den Aluminiumrahmen über und es gibt nirgends scharfe Kanten oder unschöne Übergänge. Geht dann das große 6,39 Zoll Full HD AMOLED Display an, weiß man, hier wurde nicht am falschen Ende gespart. Um als Flaggschiff-Killer zu gelten, reicht für viele schon ein potenter Prozessor und den kann das Xiaomi Mi 9 problemlos bieten. Natürlich schlicht im Xiaomi Mi 9 ein Snapdragon 855 Octa-Core-Hertz, das mit satten 2,84 GHz taktet. Die Adreno 640 Grafikeinheit zaubert euch in jeder Lebenslage eine super Gaming-Performance auf die Netzhaut und kann auch mit hohen Grafikanforderungen problemlos umgehen. 6 GB RAM bzw. 8 GB RAM könnten für ordentliches Multitasking sorgen, wäre die MIUI nicht sehr restriktiv beim Schließen der Hintergrund-Apps, um den Akku zu schonen. 64 GB oder wahlweise 128 GB interner Speicher, die nicht erweiterbar sind, stehen euch ebenfalls zur Verfügung. Bis hierher klingt doch alles schon mal sehr nach Flaggschiff. Etwas gespart wurde bei der Displayauflösung. Hier gilt es ein bisschen die Ansprüche herunterzuschrauben. Leider gibt es nur Full HD, was aber bei dem Preis voll in Ordnung ist, denn das Display ist ansonsten tadellos. Um das Mi 9 in eine Rennflunder zu verwandeln, musste man auch etwas an der Akkukapazität sparen und kommt hier nur auf 3300 mAh. Dafür ist das Mi 9 aber auch nur 7,61 mm dünn und fühlt sich in der Hand sogar noch dünner an. Dank der bereits erwähnten etwas strengen Stromsprachrichtlinien von MIUI kommt man mit dem Akku aber eigentlich auch ganz gut durch den Tag, jedenfalls bei normaler Nutzung. Dank Quick Charge 4 Plus könnt ihr das Mi 9 super schnell wieder voll machen, auch wenn leider kein passendes Netzteil bei dich. Das bekommt ihr im Zubehör aber verhältnismäßig günstig. Alternativ könnt ihr euer Mi 9 auch einfach auf eine Qi-Ladestation legen, denn dieses Mal ist auch kabelloses Laden an Bord, was ich extrem begrüße. Etwas gespart wurde dann wieder an der Kamera, die auf dem Papier mit 48 Megapixel extrem gut klingt, in der Praxis aber je nach Licht zwar durchaus überzeugen kann, aber noch lange nicht so gut ist wie die teurer Flaggschiffe. Das liegt in meiner Perspektive eher weniger am Sensor als vielmehr an der Software. Andere Hersteller holen aus dem gleichen Sensor einfach deutlich mehr heraus. Natürlich ist auch noch ein Teleobjektiv mit an Bord. Da bekommt ihr 12 Megapixel geboten. Das aber wohl für mich beste ist der neue Weitwinkel mit 16 Megapixel. Die 20 Megapixel Frontkamera sorgt ebenfalls für sehr schöne Selfies, vor allem wenn ihr etwas jünger wirken wollt, als ihr wirklich seid. Im Alltag ist die Performance allerdings vollkommen irre. Egal wie viel Geld ihr sonst so für ein schnelles Smartphone investiert, die MIUI rennt unfassbar schnell und abgesehen von einem OnePlus oder einem Pixel bekommt ihr so schnelles Android eigentlich nirgendwo zu sehen. Ich finde sogar, dass sich die MIUI noch etwas schneller anfühlt als das Pixel mit nacktem Android 9. Auch zum Display möchte ich gerne noch ein paar Worte verlieren. Das löst wie bereits erwähnt zwar nur mit Full HD auf, aber das hat natürlich auch zwei Vorteile. Es braucht weniger Strom und macht so eine höhere Akkulaufzeit möglich und saugt nicht unnötig an der Performance, da der Prozessor weniger arbeiten muss. Nicht, dass das Snapdragon 855 mit höheren Auflösungen überfordert wäre, aber dennoch macht es mehr Ressourcen frei. Das Panel kommt übrigens von Samsung und macht einen wirklich guten Eindruck. Die Farbwiedergabe ist wirklich top und es macht Spaß auf dieses Display zu schauen. In dem Preis-Leistungs-Segment würde ich es aktuell sogar für eines der besten OLED-Displays halten. Und als besonderes Extra wurde von Xiaomi sogar der Fingerabdrucksensor unter das Display verbaut. Der funktioniert soweit tadellos, wenn auch etwas langsamer als die klassischen Fingerabdrucksensoren. Nach wie vor finde ich das aber immer noch irgendwie richtig cool. Lediglich im Dunkeln macht die Benutzung weniger Spaß, da hier nicht Ultraschall zum Einsatz kommt. Bedeutet, euer Finger wird mit sehr hellem Licht identifiziert. Ihr könnt euch grob vorstellen, wie angenehm das nachts ist. Insgesamt funktioniert der Fingerabdrucksensor aber in 9 von 10 Fällen sehr gut. Nun wird es aber Zeit für das Fazit. Wie ihr sehen konntet, hatte ich die chinesische Version im Einsatz, aber natürlich gibt es auch eine Version mit Global ROM, die dann auch die deutsche Sprache und dann auch das Band 20 unterstützt. Preislich liegt der Unterschied aktuell bei ca. 20 Euro, die ihr mehr berappen müsst für eine Global Version. Die mir hier vorliegende Version kostet bei Trading Shenzhen knapp 517 Euro und hier geht auch nochmal ein Dank an Trading Shenzhen für das Testgerät raus, von dem ich mich nun schweren Herzens wieder trennen muss. Mein Gesamtfazit fällt sehr positiv aus. Das Mi 9 bietet eigentlich alles, was man braucht und das gepaart mit massig Leistung für verhältnismäßig wenig Geld. Erdwarten darf man lediglich nicht, dass auch die Kamera mit den ca. 300 Euro teureren Flaggschiffen anderer Hersteller mithalten kann. Ein paar Abstriche muss man auch bei der Akkugröße in Kauf nehmen, bekommt dafür aber ein sehr flaches und schönes Smartphone in die Hand. Aber es kann ja nicht immer alles perfekt sein. Das war es erst einmal von mir und ich danke euch für eure Zeit und dass ihr mir zugesehen habt. Lasst mir doch gerne in den Kommentaren ein paar Informationen da, was ihr vom Mi 9 haltet. Und auch, es gibt sogar schon eine dickere Variante, das Mi 9T. Sagt mir eure Meinung dazu und würdet ihr euch ein Xiaomi-Gerät kaufen oder hattet ihr schon mal eins? Mich würde es interessieren, lasst uns gerne darüber in den Kommentaren diskutieren. Das soll es von mir gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen, euer Geek111. Ciao! Zusehen, euer Geek111.